Zahlreiche kleine Forscher und Entdecker stürmen zum Kindertag wieder in den Wilhelm-Ostwaldpark in Großboten. Die Gerda- und Klaus-Tschirach-Stiftung initiierten diesen Tag im letzten Jahr erfolgreich. An 13 interessanten Experimentierstationen konnten die Kinder spielerisch die Naturwissenschaften erleben und sich kreativ ausprobieren. Versuch macht klug, war die Devise. Praxisnah verschafften sich die kleinen Forscher Wissen zu Bereichen wie Mathematik, Physik und Biologie. Die Vielfalt der naturwissenschaftlichen Phänomene und deren Zusammenhänge können in der Praxis teilweise besser erklärt werden, als es im theoretischen Unterricht möglich ist. Für die Durchführung erklärte sich zum Beispiel die Technische Sammlung Dresden bereit. An den Knobbeltischen warteten Denkaufgaben aus der Mathematik, die die Kinder mit den eigenen Händen spielerisch begreifen und erleben konnten. Nebenan, beim Vitello-Mobil aus Jena, hörte man öfter die Frage, was ist das? Denn Pflanzen und Insekten sehen durch das Stereo-Mikroskop betrachtet ganz anders aus als mit bloßem Auge. Wieder vertreten war auch die Universität Leipzig, die mit dem Schülerforschungszentrum Alma Lab und einer Fakultät vertreten gewesen ist. In vielen Versuchsaufbauten zu Mechanik, Optik, Elektrizität und Magnetismus brachten die Lehramtsstudierenden des Alma Lab den kleinen Gästen die Physik näher. Richtig gematscht werden durfte im Bottisch mit gelöster Speisestärke. Lässt man sie in Ruhe, ist sie flüssig, aber wird Druck ausgeübt, wird sie fest. Aber das werte nur kurz. Denn die nicht-Newtonische Flüssigkeit fließt beim Öffnen der Hände wieder durch die Finger. Außerdem gab es einen kleinen Vulkan zu bestaunen, der ein Gemisch aus Essigbackpulver und Spülmittel spuckte. Elektrizität ist faszinierend, hieß es nebenan. Wie funktioniert der Elektromotor und was braucht man, um diesen zu bauen? Und wie bringt man mit einer Kartoffel eine Diode zum Leuchten, waren nur einige der spannenden Fragen. Mit Kupfer, Zink, Aluminium und Kupfersulfat als Elektrolyt verfolgte man hier spannend den Bau der Voltagen-Säule. Alessandro Volta entwickelte sie 1800 und ist der Vorläufer der heutigen Batterie. In den Zelten verging die Zeit wie im Fluge. Aber welche Bedeutung die Zeit in unserem Leben hat und wie man schnell aus einem Faden und einem Gewicht eine Stoppuhr bauen kann, erfuhren die Kinder beim Kalbosch-Museum. Mit dem Fadenpendel sollten die Kinder die Sekunden zählen. Denn das Gewicht braucht für seine Hin- und Herbewegung immer die gleiche Zeit, ganz egal, wie groß die Auslenkung ist. Naturwissenschaften sind schon eine großartige Sache. Denn mit staunenden Gesichtern und Entdeckerlust gingen hier viele der Naturforscher wieder nach Hause. Diese Form der Vermittlung von Wissen ist hier aber nicht neu. Der Park bietet im Haus Energie ganzjährig solche Experimente in seinem naturpädagogischen Programm an. Der Kindertag sei der passende Moment gewesen, gemeinsam mit Universitäten und Bildungseinrichtungen naturwissenschaftliche Phänomene im großen Rahmen zu zeigen. Das Motto Experimentieren im Park hat man sich auch in Zukunft hier auf die Fahne geschrieben.